Das hier ist eine Geschichte über Cyber-Gangster in Deutschland. Und sie spielt hier, in einem ehemaligen NATO-Bunker. Auf unterirdischen Servern wurden offenbar Falschgeld und Drogen in aller Welt gehandelt. Es ist perfekt. Da war eigentlich alles dabei, von Marihuana bis Kokain. Und das hier war der mutmaßliche Oberboss. Wir nennen ihn Mr. Hicks. Wie lief sein weltweites Business ab? Und wie hat man ihn geschnappt? Das hier ist die Geschichte von mutmaßlichen Cyber-Gangstern, die hier beginnt, in Rheinland-Pfalz. Wir sind jetzt hier gerade in Traben-Trabach, sind gerade angekommen, ein kleines idyllisches Mosel-Örtchen. Und das Krasse ist, dass hier eins der größten Internet-Verbrechen der deutschen Geschichte, kann man vielleicht sogar sagen, passiert ist. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an, wo das hier alles passiert sein soll. Nämlich in einem Bunker irgendwo hier in den Bergen. Der ehemalige NATO-Bunker liegt oberhalb des Ortes, auf dem Mont-Royal. Ja, der Berg heißt wirklich so. Mont-Royal. Hier war früher lange ein Stützpunkt der Bundeswehr. Achim Ox hat damals im Bunker gearbeitet. Jetzt ist er Stadtführer und zeigt mir das Gelände. Oder das, was man von außen sehen kann. Vielleicht können Sie mir mal zeigen. Der Bunker ist da hinten, ja? Ja. Da, wo die Kiefer rausguckt, wo der grüne Baum ist, dieser Hügel. Man sieht rechts so einen Kasten. Neben der kleinen Antenne. Ich bin so klein, aber ich glaube, ich kann es erahnen. Da ist so ein Kasten. Schade, dass man den Bunker gar nicht sieht. Man redet die ganze Zeit über dieses Phantom-Bunker. Und eigentlich sieht man hier nur so eine Straße. So eine Einfahrt mit einer Schranke. Das könnte jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Behörde sein. Es ist perfekt. Wir haben eine gute Wahl getroffen, die Verbrecher da. Hier spielte sich wohl einer der größten Cybercrime-Fälle Deutschlands ab. Im Bunker. Unter der Erde. Gemeinsam mit einem Team vom Spiegel haben wir tausende Seiten aus den Ermittlungen zum Fall gesichtet. Es geht um illegale Geschäfte im Darknet. Um Falschgeld, Drogen und Kinderpornografie. Alles lief offenbar über Server in diesem Bunker. Bis die mutmaßlichen Cyber-Gangster vergangenes Jahr geschnappt wurden. Oh, da fahren sie gerade ein dickes Auto raus. Das stelle ich mir schon, wenn ich es mal salopp sagen darf, so eine Gangster-Karre vor. Das darf man einem Mercedes aber nicht sagen. Ist nur schwer auszuparken hier für den Abend. Und dann werden wir auch bemerkt. Hallo. Hallo, guten Tag. Wir sind vom Landeskriminalamt. Guten Tag, wir sind vom Norddeutschen Rundfunk. Guten Tag, Seiden. Moin. Wir kümmern uns hier ganz normal um den Abtransport von Beweismitteln. Das ist jetzt nichts herausragendes. Genau, alles gut. Hier fährt er also weg. Wohl einer der letzten Beweise vor Ort dafür, dass das internationale Verbrechen wirklich einmal hier zu Hause war. Mittlerweile sitzen die Hauptbeschuldigten im Knast. Nach fast fünf Jahren Recherche gelang den Ermittlern ihr außergewöhnlicher Schlag gegen die Cyberkriminalität. Im Mittelpunkt dieses Thrillers steht ein Bunker, der einst der Bundeswehr gehörte. An der Mittelmosel zwischen Trier und Koblenz hier in Traben-Trabach. 13 Tatverdächtige sollen Server zur Verfügung gestellt haben, über die unter anderem der Vertrieb von Drogen und gefälschten Dokumenten abgelaufen sein soll. Traben-Trabach in Rheinland-Pfalz. Kennt man eigentlich eher für guten Weißwein, nicht so für Cyberkriminalität. 2013 tauchen hier plötzlich Fremde auf und kaufen den alten Bunker. In der Stadt heißt es, da soll ein Datenzentrum entstehen, neue Arbeitsplätze, nichts Ungewöhnliches. Guten Morgen, wir machen einen Film über den Bunker, den Cyberbunker da oben auf dem Montreal. Wir haben das eigentlich immer nur in der Zeitung mitbekommen. Bevor ja gar nichts. Wer weiß, was die da an den Servern machen. Das ist nicht normal, da dringt nichts an die Außenwellen, aber gewusst hat da keiner was. Hallo. Ich weiß nur, dass es einem selbst unheimlich war, da oben entlang zu laufen, weil ja immer Hunde gebellt haben. Hat richtig Angst bekommen und hat gespürt, dass es da nicht richtig, dass da was nicht richtig läuft. Hallo. Nicht erschrecken, der Norddeutsche Rundfunk hat eine Frage. Kennen Sie diesen Cyberbunker? Ja, ja, klar. Das kennen Sie, das war ich ja auch gewesen. Mich haben sie aber nicht gefangen. Was? Dann haben wir uns nicht überlegt, was haben die da gemacht? Wir haben schon spekuliert, irgendwie mal was passiert da, was machen die da, aber hat er nichts mitgeschickt. War es keine Spekulation? Ja, es hieß halt eben, weil es ein Holländer ist, der hat da bestimmt eine große Zucht, was man halt eben an den komischen Pflanzen... Cannabis, klar. Ja, genau. Der Holländer, das ist Hermann X, der Chef der Bunkercrew. Eine Cannabis-Plantage hatte er zwar nicht, aber offenbar viele illegale Seiten auf seinen Servern. Was er davon wusste, will ich wissen. Weil er in U-Haft sitzt, schicke ich ihm Fragen in den Knast. Doch dazu später mehr. Und er hat Mr. X mehr als vier Jahre gejagt. Oberstaatsanwalt Jörg Angerer, Chef einer Cybercrime-Spezialeinheit. Ich besuche ihn in Koblenz. Was war Herr X denn, was ist Herr X für ein Typ? Das ist schwierig. Der Herr X ist ein ET-Freund, Besessener, wie man es nennen will. Ich glaube, er hat sehr viel gearbeitet und sehr viel Elan in die Sache gesteckt. Nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern er ist mit Leib und Seele ET-Mensch. Warum ist ein Bunker für Herrn X wahrscheinlich die erste Wahl für sein Geschäft? Weil Bunker Sicherheit suggerieren und damit kann man werben im Geschäft. Und er steht einfach auf Bunker. Warum eigentlich? Weiß ich nicht. Er hat Anklage gegen Mr. X und seine Crew erhoben. Unter anderem wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und Beihilfe zum Drogenhandel. Die Entscheidung des Gerichts dazu steht noch aus. Das Besondere an dem Verfahren ist, dass wir nicht gegen die eigentlichen Täter, also Drogenhändler beispielsweise, im Netz vorgehen, sondern erstmals gegen die Hoster, also die, die diese Dienste hosten und die Taten der Haupttäter erst möglich machen. Mr. X und seine Bunker-Crew waren offenbar solche Hoster. Sogar Bulletproof werben sie. Bulletproof. Das heißt, da kommt die Polizei nicht dran. Wer hier seine Website hat, bleibt anonym. So das Versprechen. Wir hosten alles außer Kinderpornos und Terrorismus. Das Betreiben eines Bulletproof-Hos, das ist für sich nicht strafbar. Das machte die Ermittlungen ja so schwierig. Ich muss eine konkrete Tat ermitteln, die im Bunker begangen wird, beispielsweise einen Drogenmarkt. Er muss dann den Beschuldigten belegen, dass sie das a. wussten und b. auch wissentlich und wollendlich unterstützt haben. 2013 kauft Mr. X den Bunker und stellt ein Team zusammen. Rund ein Dutzend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Insbesondere IT-Spezialisten. Rund um den Bunker kommen sogar Wachhunde zum Einsatz. Seine Dienstleistung scheint gefragt zu sein. Schnell gibt es zahlreiche Kunden, die offenbar illegale Seiten anbieten wollen. Seiten, auf denen etwa Drogen gehandelt werden. Wie hier bei Wall Street Market. Und ich habe Kontakt zu einem der Gründer von Wall Street Market. Er hat mittlerweile ein Geständnis abgelegt. Bis zum Prozess darf er deshalb weiterhin frei herumlaufen. Und ich kann ihn treffen. Alright, ich habe gerade die SMS bekommen. Hallo Herr Seidel, ich wäre jetzt fertig und fahre zu der Adresse. Wir treffen jetzt Herrn F. Herr F. ist einer der Administratoren von Wall Street Market, dem zweitgrößten Darknet-Drogenmarkt der Welt. Herr F. gibt mir ein verdecktes Interview. Mit 14 ist er schon im Darknet unterwegs. Lernt dort auch die zwei kennen, mit denen er dann Wall Street Market aufbauen wird. Da war eigentlich alles dabei. Von Marihuana bis Kokain, Ecstasy. Also, dass es nicht legal ist, ist ja klar. Das kann man nicht bestreiten. Das war von Anfang an klar. Aber dass es so hoch gerade illegal ist, war mir jetzt tatsächlich nicht so bewusst. Weil ich halt dachte, ich verkaufe die Drogen ja nicht. Wir sind ja nur quasi der Vermittler des Ebay, die Plattform. Funktioniert hat Wall Street Market in etwa so. Die Kunden konnten in verschiedenen Kategorien suchen, wie bei Ebay oder Amazon. Die Drogen wie Ecstasy, Kokain oder Heroin wurden mit Fotos beworben. Bewerten konnte man auch. Nachdem die gewünschte Menge Drogen dann im Warenkorb landete, wurde bezahlt. Natürlich mit virtuellem Geld. Zum Beispiel mit Bitcoins. Die Drogen kamen dann per Post zum Kunden. Man hat sich auch nicht so diese Gedanken gemacht, wie illegal ist das jetzt. Sondern, Sie müssen sich vorstellen, wir haben das ein Jahr lang entwickelt ungefähr. Und dann hat andere Marktplätze angeguckt, bessere Features eingebaut, geguckt, dass wir es halt besser machen. Also die ersten Jahre haben wir damit, wenn man das in Relation mit zu der Zeit setzt, nichts verdient. Im Endeffekt war es ein interessantes Projekt technisch gesehen. Und das war halt bei mir die Hauptintention, ich glaube auch bei den anderen beiden. Die Seite wird immer erfolgreicher. Hat am Ende über eine Million Nutzerinnen und Nutzer. Geschätzt werden Drogen für über 41 Millionen Euro dort verkauft. Und F kassiert bei jedem Drogendeal eine Provision. Natürlich war es dann schön zu sehen, dass das, was man, die Arbeit, die man gemacht hat, auch irgendwo Erfolg hat. Das ist nichts anderes, wie wenn ich jetzt im normalen Leben Unternehmen aufmache. Natürlich ist der Erfolg schön und dass es funktioniert, was man sich vorstellt. Wie haben Sie Erfolg da so gemessen? Was hieß Erfolg? Natürlich an den Nutzerzahlen auch und an den Verkäufen. Je mehr Leute, je mehr Drogen gekauft haben, desto erfolgreicher waren sie? Ja, auch. Wall Street Market war auf Servern im Bunker gespeichert. Der Drogenmarktplatz war offenbar nicht die einzige kriminelle Seite hier. Einige Seiten verkauften offenbar falsche Ausweise oder Kreditkartendaten. Von anderen liefen mutmaßlich Hackerangriffe. Die Bunkergeschäfte laufen schon ein Jahr. Da beginnt 2015 Staatsanwalt Angerer seine Ermittlungen. Sein Ziel? Er will an die Infrastruktur, die Hoster. Er will Mr. X und seine Crew. Die Herausforderungen waren am Anfang schon, wie man überhaupt an die Täter rankommt. Die Täter sitzen in einem ehemaligen NATO-Bunker. Es sind Erdwall drum, es sind Zäune drum, es sind Wachhunde auf dem Gelände. Man kam also an die eigentlichen Täter nicht heran. Das Gelände liegt auch so, dass man von außen nicht einsehen kann. Also klassische Ermittlungsmethoden waren nicht möglich. Wir haben da eine Reihe von Ermittlungen versucht, um an sie ranzukommen. Ich habe Einblick, was die Ermittlerinnen und Ermittler alles versucht haben. Observationen über Tage, Wochen, ja Monate. Hier seht ihr Originalfotos. Die Polizei findet etwa heraus, wo die Bunkerleute einkaufen, bei welchem Chinesen Mr. X und seine Leute essen gehen. Was aber im Bunker abgeht, das erfahren sie nicht. Viele Telefone werden angezapft. Bei einem hören sie sinngemäß sowas hier. Hallo, ich habe die Orangen gefunden. Erzählen Sie mir mehr dazu. Es ist ein Chinese und der hat 700 Kisten Orangen bekommen und er braucht noch 350 Kisten, damit er eine Ladung voll machen kann. Ist nicht so einfach, ich weiß. Wo sollen die Kisten am letzten Endes hinkommen? Zur selben Bank, wo sie sind, wenn sie in dieses Land kommen. Okay. Wenn ihr jetzt denkt, what the fuck, genau das müssen sich die Ermittlerinnen und Ermittler auch gedacht haben. Die Bunkercrew weiß wohl, dass die Polizei sie beobachtet. Das rote Auto hier mit dem Blaulicht ist scheinbar ihr Gruß, als ein Polizeihubschrauber übers Gelände fliegt. Mehr als zwei Jahre arbeiten sich Angerer und sein Team an den Cybergangstern ab und kommen nicht weiter. Sie wollen die Server im Bunker von außen anzapfen. Aber das kriegt man nicht so einfach bewilligt. Man musste eben klar machen, wenn wir das nicht können, dann wird das Verfahren sterben. Das ist definitiv so gewesen und ja, das war so. Während Angerer noch auf der Stelle tritt, tut sich was im Ort. Bürgermeister Patrice Langer wird misstrauisch. Mr. X hatte doch eigentlich Arbeitsplätze in dem neuen Datenzentrum versprochen. Doch davon und vom Bunkerchef selbst kriegt dem Ort kaum einer was mit. Einmal wusste man, dass er im Land ist, wenn sein BMW hier in der Stadt war. Das war ein X6er, der das Kennzeichen B.O.B.O. hatte. Und dann hieß es, auch der Bobo ist wieder da. Und dann, wenn er durch die Stadt ging, wie geschildert eben mit seinem wallenden Haupthaar und seinem wallenden Trenchcoat, im gewissen Abstand war da noch sein Atlatus hinter ihm, ob es der Hausmeister war, keine Ahnung. Das sah schon ein bisschen merkwürdig aus für Traben-Traber. Das sah so aus, als wenn jemand mit seinem Bodyguard durch die Stadt geht. Die Gerüchteküche brodelt. Gibt es im Bunker tatsächlich eine Drogenplantage? Oder lagert Mr. X dort gar Giftmüll? Der Bürgermeister will sich jetzt selbst ein Bild machen und ist überrascht. Er darf einfach vorbeikommen zum Bunker. Und wie lief der Besuch ab? Sie sind hier hochgefahren und dann? Wir waren hier vorne am Tor geklingelt und dann wurden wir nach unten geleitet von ihm. Wir wurden hier oben abgeholt, wurden runtergeleitet. Da gibt es so einen Weg, der geht quasi genau auf den Atrium zu, da ist so ein Mittelgang dazwischen. Und dann sind wir dann in den Altbau rein und konnten also hinter jede Türe schauen. Und es war eigentlich nichts Offenkundiges, was uns hätte irgendwie stutzen lassen können. Die Gerüchte haben sich so nicht bestätigt. Die Räumlichkeiten waren frei, waren sauber, waren mit nichts belegt, was nicht dahin gehört hätte. Ja, das war soweit okay. Aber was auf den Rechnern lief, konnte man damals also für uns nicht feststellen. Hätte uns auch bestimmt nicht gesagt. Hat er sich sehr sicher gefühlt? Ich glaube ja. Weil er konnte ja davon ausgehen, dass gar keiner weiß, was er eigentlich wirklich macht. Und dann kann ich ja doch diese Posse eigentlich weiterspielen. Wie eine Show. Ja, das war reines Showgeschäft. Ich treffe jemanden, der hinter die Kulissen dieses Showgeschäfts blicken konnte. Nach langen Recherchen finde ich einen ehemaligen Mitarbeiter von Mr. X und kann ihn zu einem Interview treffen. Ich warte gerade auf jemanden, der im Bunker war, der Mr. X kennt, der die ganzen Leute kennt, der die ganzen Abläufe kennt. Er hat großen Schiss erkannt zu werden. Deswegen tun wir alles dafür, seine Identität zu verschleiern und führen mit ihm ein verdecktes Interview. Das Interview führe ich auf Englisch. Das Bunkerteam war international. Der Mitarbeiter war übrigens auch dabei, als Bürgermeister Langer zu Besuch kam. Er wollte unbedingt ganz unten die Räume sehen. Das waren halt Holländer und hoher Stromverbrauch. Da dachte er wohl, wir hätten eine Hanfplantage im Keller. Wir hatten natürlich keine Hanfplantage im Keller. Das hat der Bürgermeister dann auch gesehen. Er durfte jeden Raum sehen. Und Räume gibt es viele, erzählt uns der Mitarbeiter. Insgesamt gibt es fünf Stockwerke. Jedes in einer anderen Farbe gestrichen. Die Truppe wohnt in der ersten Etage. Es gibt eine Bunkerküche und Schlafzimmer. Mr. X hat in seinem diese lebensgroße Actionfigur stehen. Die Wände und die Decke hat Mr. X dort schwarz gestrichen. Auf der zweiten Etage liegen Büros. In der dritten Etage das Wichtigste. Die Serverräume. Die vierte und fünfte Etage wurde quasi nicht genutzt. Aber was wusste unser Interviewpartner über das, was auf den Servern gehostet wurde? Wusste er, was da Illegales abging? Ich kann auf einen verschlüsselten Server nicht drauf gucken. Die Kunden konnten den Server einfach mieten, ohne zu sagen, was sie damit machen. Sie müssen sich das vorstellen wie ein Haus, das man vermietet. Da weiß man ja auch nicht, was der Mieter darin macht. Fühlen Sie sich schuldig? Also ich mache mir da keine großen Vorwürfe. Ich habe auch mit einigen anderen Mitarbeitern gesprochen, die denken da ähnlich. Die wussten davon auch nichts. X war eigentlich der Einzige, der da Kunden raufgelotst hat. Hermann X traf seine Geschäftspartner in Traben-Trabach anscheinend ganz offen. 2015 geht er zum Beispiel spazieren mit einem angeblichen irischen Mafia-Boss. Der wird der Pinguin genannt. Wegen seines Watschelgangs. Hier, der rechte. Irische Medien berichten schon lange über ihn. Er soll sein Heimatland über Jahrzehnte mit Kokain, Heroin und Waffen überflutet haben. Auf Anfrage streitet er alle Vorwürfe ab. Bis heute ist er auf freiem Fuß. Genau so stelle ich mir einen Gangster-Boss im Klischee vor, der in Drogengeschäfte verstrickt ist. Typen, die im digitalen Geschäfte mit Drogen machen, sehen eher aus wie er hier. Herr F., Macher des Online-Drogenhandels Wall Street Market. Anders als beim Pinguin ist es sogar schwer für mich, Herrn F. unsympathisch zu finden. Er scheint ein ganz normaler Typ zu sein. Genau wie die anderen beiden Gründer von Wall Street Market. Im Darknet hieß Herr F., The One. Bei Wall Street Market war er fürs Marketing zuständig. Neben ihm gab es noch Coda 420. Er hat die Seite programmiert. Und Cronos hat sich um die Server gekümmert. Ziemlich coole Namen. Im echten Leben hieß The One, also unser Herr F., Klaus Martin. Damals 29 Jahre, Familienvater. Der Coda hieß eigentlich Thibaut. War 22 Jahre alt und machte eine Ausbildung. Und Cronos hieß Jonathan. War 31 Jahre, er wohnte noch bei seiner Mutter. Doch was ist an ihren Drogengeschäften wirklich anders als bei einem angeblichen Drogenbaron wie dem Pinguin? Schließlich wurden über ihre Seiten wohl genauso Drogen gehandelt, die anderen Menschen mutmaßlich geschadet haben. Würden Sie einen Drogendealer als kriminell bezeichnen? Ja. Was unterscheidet Sie von einem Drogendealer? Ja, der Unterschied ist, dass ich nicht oder wir nicht selber Drogen verkaufen und anbieten. Sondern wir bieten die, wir haben ja die Plattform geboten. Natürlich ist das auch nicht in Ordnung und ich will es nicht schönreden. Aber ich finde es schon auch einen Unterschied. Es ist ja nicht so, dass wir mit Kokain oder Gras durch die Gegend gefahren sind. Ich hatte nie sowas in der Hand. Könnt ihr jetzt sagen, Sie mussten sich die Finger nicht schmutzig machen dafür, um mit Drogen Geld zu verdienen? Ja, natürlich. So kann man argumentieren. Kronos, also Jonathan, bekommt richtig Schiss, als Wall Street Market immer größer wird. Die Polizei hört die Truppe da bereits ab. Auch sinngemäß dieses Telefonat von Jonathan mit seiner Mutter. Jonathan, irgendwann steht die Polizei vielleicht vor der Tür. Ich mache einen USB-Stick für dich fertig. Da sind Bitcoins drauf im Wert von knapp einer Million Euro. Den Stick darf die Polizei aber auf keinen Fall finden. Kein Problem, ich verstecke ihn in einer Pralinen-Schachtel. Die tue ich in meinen Büroschrank. Da kommt keine Sau drauf. Natürlich hat die Polizei die Schachtel gefunden. Und wir haben sogar Fotos davon. Auch die anderen beiden haben Angst, aufzufliegen. Von einem auf den anderen Tag räumen sie alle Bitcoins ab, die noch auf der Seite liegen. Für jeden rund 4,5 Millionen Euro. Am Ende haben sie aber nichts davon. Die Polizei nimmt sie im Frühjahr 2019 fest. Alle gestehen umfangreich. Eine Anklage steht kurz bevor. Auf unsere Anfragen reagierten EFs Komplizen nicht. Deutsche Sicherheitsbehörden haben nach aufwendigen Ermittlungen eine der größten Online-Plattformen für Drogen, gefälschte Dokumente und Schadsoftware geschlossen. Der sogenannte Wall-Street-Market. Eine Art Ebay für Rauschgift. Der zweitgrößte im Darknet. Auch für die Bunker-Crew wird es eng. Staatsanwalt Angerer darf die Bunker-Server von außen anzapfen. Schließlich hat er genug zusammen, um die Truppe festzunehmen. Aber für die Anklage braucht er mehr Beweise. Und die sind im Bunker. Was aber, wenn sich die Crew bei der Festnahme im Bunker verschanzt und alle Beweise löscht? Natürlich war man extrem angespannt, weil klar war, dass das ein entscheidender Tag ist für die weiteren Ermittlungen. Und dass, wenn es nicht läuft, wie es laufen soll, womöglich alles umsonst war. Dass man dann nicht viel hat. Und deshalb war klar, dass der Zugriff so funktionieren muss, wie er geplant war. Was war so die größte Herausforderung am Zugriffstag? Die größte Herausforderung war, dass der Plan wirklich aufgeht und keiner im Bunker ist. Und natürlich den Zugriff so schlagartig durchzuführen, dass niemand mittels Handy oder Ähnlichem doch noch den Stecker zieht in der Anlage. Wie haben Sie das geschafft? Mit einer List. Mit welcher List? Die Sage ist ja keine List mehr. Wir haben dafür gesorgt, dass die Beschuldigten an dem Tag in dem Restaurant waren und dort festgenommen werden konnten und dass der Bunker leer war. Ich kenne die List. Angerer hatte einen Spitzel in die Bunker-Crew eingeschleust. Damit bei der Festnahme keine Beweise gelöscht werden können, soll der Spitzel alle hier, fern des Bunkers, zum Essen eingeladen haben. Es sollte Fisch geben. Wir sind auf dem Weg zur Stadtmühle. Das ist das Restaurant da hinten. Das soll erst mal das beste Forellen-Restaurant in ganz Traben-Trabach sein. Aber es ist vor allem interessant, weil dort Herr X und seine Truppe am Zugriffstag von der Polizei relativ spektakulär wohl festgenommen wurden. Die Besitzerin des Restaurants, Marlies Allmacher, zeigt mir, wo genau die Festnahme stattfand. Hier ist so ein bisschen Festsaal, oder was ist hier? Ja, für kleinere Gesellschaften. Oder wenn wir unten zu klein sind, dann sind wir hier oben auch parat. Okay. Wie ich so die Müllerstube nenne. Die Müllerstube? Ja. Hier sitzen Mr. X und seine Bunker-Crew. Um sie herum normales Restaurant-Publikum. Denken sie zumindest. Alle plaudern, stoßen an. Aber es ist eine Falle. Die Gäste am Nachbartisch sind Polizistinnen und Polizisten in Zivil. Ein ganz normaler Tag. Ein ganz normaler Tag. Die Gäste hatten bestellt, ihr Essen bekommen. Naja, irgendwie auf Kommando. Auf einmal stürmte hier ganz viel, was ich im Nachhinein erst weiß, Polizei rein. Ich habe zuerst an einen Junggesellenabschied gedacht, als dann so viele maskierte junge Leute hier rein stürmten. Da habe ich gedacht, ach, da ist irgendeine Feier noch. Ist was los? Ja. Während hier Mr. X und seine Gruppe in Handschellen abgeführt werden, stürmt die GSG 9 den Bunker. Rund 650 Polizisten sind beteiligt. Um reinzukommen, hatten sie sich angeblich auch auf eine Sprengung vorbereitet. Doch die Bunkertür war nur mit einem kleinen Vorhängeschloss gesichert. Am Ende von über vier Jahren Ermittlungen öffnet sich am 26. September 2019 für die Beamten die Bunkertür. Ja, die Schlüssel der Bunkeranlage. Es gibt schon ein paar Türen. Das ist die Notstromversorgung des Bunkers. Der hat natürlich unten Notstromaggregate. Das ist ein BOW. Okay, also so sah es im Bunker aus. So sah es in der Anlage unten aus. Zum Teil, Sie sehen ja, die Verkabelung ist jetzt nicht das, was man sich unter einer professionellen Anlage vorstellen würde. Ich glaube, ich da nicht so gut aus wie Sie. Also man verlegt Kabel normalerweise so, dass man die auch wiederfindet. Und wenn was kaputt ist, nichts tauschen kann. Das ist hier wohl eher nicht der Fall. Man hat die einfach wild gelegt. Die Ermittlerinnen und Ermittler finden im Bunker Schaltschränke mit rund 400 Servern. Und können Daten auslesen. Der Jackpot für Angerer. Sichergestellt im Bunker haben wir etwas über zwei Petabyte. Das sind über zwei Millionen Gigabyte Daten, die auf den Servern gespeichert sind. Sie haben jetzt im Nachhinein auf die Server geguckt? Ja. Und wie viele legale Seiten gefunden? Keine. Und deswegen schließen Sie darauf? Also wenn jemand ausschließlich kriminelle Seiten betreibt, dann halte ich das für keinen Zufall. Zur Erinnerung. Und wenn es noch so viele illegale Seiten im Bunker sind. Das Hosten alleine ist in Deutschland nicht strafbar. Angerer sagt, für einige Webseiten könne er beweisen, dass Mr. X und Teile seiner Crew wussten, was dort ablief. Doch was sagt Mr. X selbst dazu? Wir haben ihm einen Brief in den Knast geschickt und er hat tatsächlich geantwortet. Jetzt drei, vier Seiten. Das ist zum Teil, das ist nicht seine Schrift. Das hat ein Zellennachbar geschrieben, das hat er ihm diktiert. Und ein paar Sachen hat er auch selber handschriftlich beantwortet. Und er schreibt hier, meine Server müssen Sie mit Bankschließfächern vergleichen. Also er argumentiert jetzt, dass eine Bank auch nicht weiß, was da drin ist. Und so wusste er auch als Serverbetreiber nicht, was auf den Servern lief. Okay, ist sehr interessant mit den Bankschließfächern. Ich frage mich halt, wie glaubwürdig das Ganze ist. Mr. X schreibt, sie glaubten, legal und korrekt gehandelt zu haben. Ich habe ihn gefragt, Herr X, was passiert eigentlich jetzt mit Ihrem Bunker? Er sitzt ja gerade im Knast und er schreibt ganz trocken, Sobald wir frei sind, gehen wir wieder rein. Das nenne ich mal eine selbstbewusste Antwort. Es ist noch nicht klar, wann Mr. X und seine Bunker-Crew vor Gericht müssen. Eine der größten Cybercrime-Geschichten Deutschlands ist also noch nicht vorbei. Wer ist am Ende eigentlich verantwortlich? Nur die Drogendealer, die die Drogen direkt verkaufen? Oder auch Typen wie Mr. X oder The One, die mit ihren Seiten die Infrastruktur für sowas schaffen? Wenn ich meine Recherchen so zusammenfasse und überlege, was ich so gelernt habe, dann würde ich sagen, diese neun Täter haben eins gemeinsam. Sie fühlen sich überhaupt nicht schuldig. Die sagen, wir haben nur die Technik gemacht, die Infrastruktur geschaffen, diese bösen Sachen, Drogen verkaufen. Das waren die anderen. Als hätte das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Wie seht ihr das denn? Kann man Mr. X und The One für das, was auf ihrer Website und ihrem Bunker war, verantwortlich machen? Schreibt uns das gerne hier in die Kommentare und abonniert uns gern. Und wenn ihr Bock auf noch einen Film habt, meine Kollegin Svea hat einen ziemlich coolen Film zu gekauften Likes im Internet gemacht. Und die Kolleginnen und Kollegen von Y-Kollektiv haben ein ganzes Jahr lang recherchiert zum Thema Infokrieg im Netz. Bis zum Thema Infokrieg im Netz.